Dieser kleine Dackel hier hat seinen Besitzer acht Stunden und die Feuerwehr zwei Stunden auf Trab gehalten. Am Mittwochabend war Skip mit seinem Herrchen unterwegs, als er gegen 23 Uhr ausbüxte und in einem Bau einer Biberratte verschwand. Sechs Stunden versuchte der Besitzer, seinen vierbeinigen Freund aus dem Bau zu bekommen, ohne Erfolg. Gegen fünf Uhr am Morgen wusste er nicht mehr weiter und er alarmierte die freiwillige Feuerwehr Goch. Per Minibagger und mit Schaufel, Spaten und Muskelkraft baten sich die Einsatzkräfte ihren Weg zu Skip. Der machte mit Bällen immer wieder auf sich aufmerksam und so konnte er im weitverzweigten Tunnelsystem geortet werden. Gegen sieben Uhr war es dann für den zweijährigen Rauhardackel soweit und er konnte durch seinen Besitzer zurück ans Tageslicht geholt werden. Augenscheinlich überstand Skip diesen abenteuerlichen Ausflug ohne sichtbare Verletzungen.